ja ganz oben bei Tissi bei Tissi ja das ist ja nähe Tissi ich kann mich nicht bewegen ich schwörs dir ja wenn dann richtig ich wir haben noch eine zwei Stunden Zeit ja 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 jetzt wenn dann dann ja 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 Ich bin ja nur so ein Kerl, der hat seinen Arsch. Welche Hornochse? Alter, guckst jetzt mal den Absatz zwischen mir. Knochtig. Hast du ja gesagt. Ne, ne, ne. Am besten alle. Ich weiß nicht, ob die Komponenten sind. Die hat dann modiert. Das ist Heimrad. Gibt euch eigentlich die Schiene, warte. Einfach die Komponenten aufzusetzen und stecken. Ich glaube, das ist alles zu treffen. Nee. Nee. Boah, okay, Alter. So, weiter geht's. Jo, weiter vorkommen. Kommt noch mal klar, Cracker. Ich kann nicht mehr die Zitana machen. Ich hör den gar nicht. Ja, warte mal. Ich hab die Zitana flissen an Brüder. Zitana, kommst du mal eben. Ich hab niemanden gehört. Dann stummert die andere. Wie kann ich nicht mehr machen? Ja, die, äh, all die haben nach die Betracht gegen den Sessel. Oh, nein, ich wünsche nicht alle. Geht ihr dabei jetzt, oder? Ja. Hey, wir sind müde, wir sind ja noch klar, aber wir haben es nicht. Hey, ich hab mir schon gedacht, wenn der ein YouTuber bei uns in der Kugel ist, uns in der 1 immer die Raids. Wir haben ihn doch. Ja. Oh, was geil. Geil, Lala. Ich hab nicht einen, den ich einsteig gemacht. Oh, nein, ich hab nicht einen, den ich einsteig gemacht. Ich hab den Stiftstumpf noch mal los. Ja, aber dann müssen die anderen einfach laufen, gell? Ja, ja. Ja, das stimmt. Einer hält das nicht, ne? Ja. Ja, das stimmt. Einer hält das nicht, ne? Ja. 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 Nein. Das ist besser. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, in Ordnung sie maschdimmet, eine которого man, weil Geheimdienstball haben. Man steht im basement mit integrated Elektros Gefühl, und in der Luft zu stirred. Das ist ein enormes Alter. Aber jetzt geht es auch. Ähm, aber das wollen wir jetzt so spielen. Wie geht es mir das denn mal los? Ist es rostenlos? Ey, sagst du, das macht dir ein. Wie ist es noch schlechter, als jedes andere Zeugel davor? Ja, ja, G-C sagt es ja. Ich habe ihn eh scheiße. Ich sage, ich habe ihn eh scheiße. Aber jedes Jahr ist es letztlich. Tja, scheiße. Ach stimmt, aber auch wieder. MW2 und BO2, Digga. Alter, das ist ruhig. Das ist ruhig. Was haben Sie denn jetzt hier eigentlich noch? Was haben Sie denn hier ausgeholt? Ja. Was soll ich denn sagen? Aber du, wer fehlt es denn jetzt hier eigentlich noch? Ja, das sind feier. Drei. 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 Ja, ich meinte auch küssen Doch, das hat man schon an die Angst, oder? Ja, die müssen schon einhältigstes anpassen Naja, das mag, gell Wenn wir alle wieder anbinden haben Ja, wenn dann alle anbinden wollen Was für Ätze, oder? Irgendwer hat sich alles schreckt Nee Ich hab da echt nichts zu nehmen Naja, ich hab eh noch mal skaule Ja, das ist 16 Uhr Und Kilian, steck's noch mehr Sooo Ich hoffe wir treffen jetzt keine Das ist, wenn wir sie zu 10 Ja, das hat jemand hinter dir her Super Ich versuche Da haben wir den Künstler vorher auch noch den Weg dahin, ne? Ja, also muss muss, wenn man nicht Zombie muss Ja, Zombie auf dem Fall nicht Ja Ja Oh ne, 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 ne Die machen, die machen, die Die machen hier so'n Abklatsch Wir laufen an den Weg vorbei Genau, ne, 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 ne Tschüss, und dann geh Aber einfach alles Das ist wirklich, das wird nicht so koordiniert laufen, wenn es geht schon Ich würde sagen, wir haben sie schon drinnen sind, weil das macht sich das deutlich einfacher Ich 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 hab auch Ja Ich 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 Ja Da haben wir beim Bappeln geübt, wo wir nicht gewarnt haben. Die größte Truppsterpe, die ich bis jetzt hatte, waren mit jemandem. Bei mir war es früher. Ich probiere mal an zu können. Bei jemandem fahrt es echt hier. Wenn du einen Klaren anfängst, kriegst du langsamer im Sprint beziehungsweise im Klack. Dann hast du noch den Zelt dabei, der Klang auf deine Hand oder was? Wenn du einen Klaren anfängst, kriegst du langsamer im Sprint beziehungsweise im Klack. Ich dachte, da sitzt jemand auf dem Leerstand. Aber das war einfach nur so ein Bruchstück. Aber neuer fängt wieder zu. Aber übel. Der sieht lange Spiegel passiert immer so was. Der sieht lange Spiegel passiert immer so was. Der Typ wird nur ins Paranoia. Ja, dann siehst du etwa in der Teile irgendeinen Spieler und dann ist es doch nur ein Stadler. Ja. Irgendein ist es ein Spieler. Irgendwann gibt es den einen Blutfluten. Oh, scheiße, ist doch nur ein Baum. Ich hatte drei Kicks. Der einen habe ich alles gegessen. Der eine hat sich nur noch. Ja, scheiße, wie lange muss man noch laufen? Äh, ich hab rotes, äh roten, äh roten Essen. Egal, ich war beide, natürlich. Warum nicht einfach mal anhalten und alte Essen mal aufbrochen? Ich hab kein Essen dabei. Ach so, ja. Ja, das ist auch so. Ich bin ein Arme, Mensch. Ich hab kein Essen und ich werde jetzt verbringern. Aber das muss ich ja wieder nicht aufweilen. Das ist ja sehr erotisch. Aber... So. Danke. Verweckt das mal, Alter. Verweckt das mal, Alter. Geht auch los, Jörg. Es war bestimmt schon wieder ein Gelber, der das gesagt hat. Schnauze halten. Ey, Alter. Was bist du denn du für einer? Ich dachte, wir sind Freunde. Junge, jetzt bricht ja noch Trieb unter uns aus, Alter. Ja, ich bin gestorben, weil jeden nicht auf dem Zoo gemacht hat. Ah, okay. Könnte ich mal. Ich kenn den Code nicht. Wo soll ich das denn wissen? Ja, wer was ist? Ist was? Ich glaube, was der ist. Ich habe kein Essen. Ich verhunder. Egal, dann füttert den armen Kärmer. Der ist bei mir gemüht. Er hat mich gemüht. Und schreit aber so mal, dass der Geheil ist. Ja. Der ist ich. Der ist selber. Der ist selber. Oh, lol. Warte mal. Das ist nicht gut. Ich habe nichts dabei mit jemandem dort. Danke, Henrik. Ich habe auch noch zwei Gehirn dabei, Junge. Ja, wir müssen auch die paar Blätter. Ja, mehr viel ist ja auch nichts los. Dann reicht es, Kinder. Dann reicht es nicht. Danke schön. Wir müssen weitergehen. Willst du mal weitergehen? Jo. Ach, dazu müssen wir da sehr viel. Wir machen jetzt eine schüttliche Lagerfeuer. Wir sehen das Lagerfeuer. Wir sehen das Lagerfeuer. Ja, das ist schon weit. Das ist ja ganz schön. Ja, aber dann grillen wir nicht noch auf den Fall, oder was? Ja, klar. Was ist das? Ich bin super zu lachen. Dann krieg mal so ein Mars-Speed. Kein Mars-Element. Ein Mars-Element. Ein Mars-Element. Ein Mars-Element. Und das war es. Was ist das? Na ja, klar. Wir sind es. Ich bin super zu. Wir hatten das Lebensgefahr. Na ja, klar. Ja, klar. Ich bin super zu. Na ja, klar. Ich bin super zu. Bei der Musikkeit, bei der Dutzendstück, wir müssen weit. Digga, brauche ich ja feiern, so ihr Fokker-Crober, denn der Flüge? Ey, das war grad voll geil, dann wirst du. Ja, gut so. Das ist genau so wie Pepsi-Sherry, genau. Digga, schmeckt, dass so was trinkt, alter. Digga, der schmeckt, der schmeckt einfach Sherry. Das schmeckt doch lecker, aber das ist ein bisschen besser. Fischer, jetzt Pepsi-Sherry. Alter, oh wei, ich hab da keiner in meiner Kanzlei-Lis auf der Heidelande. Ja, das ist so schön, gar nicht ausländisch. Das ist genau so wie Coca-Cola trinkt, der so was trinkt, alter, wirklich. Alter, da ist so, alter. Das ist doch Mad-Bürtchen und Maddie, alter. Mad-Bürtchen und Maddie sind geil, Alter. Oder Mad-Bürtchen ohne Brüttchen. Mad-Bürtchen ohne Brüttchen. BETTER Digga geht's. x5 hormone 8 Mattl Wie wär's mit einem an einem Brotbruch? Ich kenn mal ja, ich kenn niemanden, der hat was schmeckt, man. Was ist mit Handel aus dem Maul, oder? Teufel! Es hat so geschmeckt, wie es gerochen und ausgesehen hat, aber... Oh, das Eis ist das beste Eis! Ah, das ist schön gekocht, das heißt ja. Oder gebackenes. Auch geschehen leider aus. Aber 137 grót als auch zu holen. Ich glaub ich kenn das, aber ich fehlt nur dämpflich. Wer weiß, letztes Mal durch oder abends? Sonst bringe ich gleich noch letztes Mal die Zeige zu fahren. Weiß es, was hier dabei sein wird. Oh, das läuft dann rüber, rüber, raus... Oh, jetzt kommt die Lautsum snake aus. Ich bin der Novo. Komm mal rein. Wir sind gerade komplett fissig. Ich muss dann auf den Weg werden. Oh hey, ich bin der Donner. Ich bin der Donner. Du bist der Donner, aber ich bin der Donner. Ja, hier hinten war ich noch nicht mehr, ab hier leider. Ich bin hier noch nie lang gelaufen. Ja, ich schon, aber gar nicht der Gegenteil. Ich wusste nicht, dass es da rauskommt. Geht auf, probieren. Ja. Ja, ich bin hier noch nicht der Gegenteil. Und für die Leute, die bei Schneem nicht kennen, dass du diese Barikasen oberhalb hattest. So, weiter probieren gehen. Äh, was ist das? Wir sind jetzt bei Kalien, 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 Kalien. Ja. Wajten nachstupaiiiiitcha. Ja, geroii. Ja, geroii. Ja, geroii. Gubanotet. Da kommen rein. Da gehts sogarata. Der ist schon kranker, Alter. Das ist ein Dörfchen Ich sehe nur Schaus Die Schausch ist hier Leute, wir kürzen doch noch alles Geh weg, geh So viel zu mir schießen Was ist denn jetzt? Ist ja... Was haben wir schon wieder geschossen haben Ich hab ne Olga gefunden Ich hab ne Olga gefunden Ja, wir passen auf die 12 mit ne Olga Ich weiß, ich hab ne Olga gefunden Ich hab ne Munitionsverstandung Ey Leute, wir machen das einfach so Drei legen sich in den Kofferraum und das war's Hmhm Ja stimmt, warte jetzt kurz Auf wen warten wir? Auf wen warten wir? Auf wen warten wir? Wir haben das hier rangen über, das war muss ich die Dörfchen da sein Der Melonmann kommt jetzt hier Ja Ja Abstand Ja 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 Ich bin schlau doch Einfach um 10 sagen, Hanno, Sands Kneipe, Sands Kneipe, Sands Kneipe. Kann sein Kneipe noch 4 raten und geht zu 2 raten. Aber die legen uns doch auch wirklich immer drauf an mit dem Wettbewerb. Das verlieren alle. Wirklich, die sind doch so dämlich. Die kriegen uns auch ruhig ausgeraitet. Ist halt so klar. Jetzt kommen die wahrscheinlich mit so zerschöner 75 dahin und mit so einer Coul. Wie kann man doch lost sein. So ergibt so einen Kontrollen. Da fang ich die Strecke hätten sie auch schon gemacht gerade, die für diese Manni war, das konnte ich also geben diese Manni hier rein. Ex-1 geht durch in der Feuerwehr, aber es kommt in die Post, dann fahre ich mir nicht. Also wir wissen nicht genau wo, einfach nur in der Nähe. Riechen wir nicht nach rechts. Ich sehe nicht genau wo die Beine sind. Oder weiß jemand genau wo die Beine sind? Ich habe keine Ahnung, aber wenn es ein guter Blätter hat, wer wäre zum Beispiel dieser Punkt, bzw. diese große Antenne, um hinter zu ziehen. Achso, hier oben drin ist gerade am Start. Das ist ja Z2 wieder gefahren, oder? Das sind ja Z2 wieder gefahren. Das sind ja Z2. Ja, wir sind... Wir raillten der 4. Wir raillten der 4. Wir raillten der 4. Ja. Wir sind schon mehr auf der 5. Also wir sind... Ja. Wir sind schon mehr auf der 5. Wir sind schon mehr auf der 5. Also wir sind... Ja. 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 Wir sinduell sind peròlaufen, diese Menschen erst wieder weg. Was soll die denn auch hier noch nicht sein? V filosofg hast... Guck Br breve. Guck mal alle mal in einer Reihe on feel each Avec alle was für die Bethmann. N'ek. N'ek. Wastrengfällen anders Hello. Wir laufen es nach vorne in die Haile rein, dann gucken wir ja nochmal. Guck. Guck. Bin noch einsushi... Drei, weg. Ich bin erst zurück. Weg. Tja, Multisat. Ich hab auch viel raus. Auf Batsch. Auf Batsch. Und jetzt haltet Abstand, damit ihr euch nicht wieder ansteckt. So, ihr... Da oben wir jetzt eigentlich kapitzen. Ja, warte, ne Batsch. Und dann gibt's ein neues Iphone von Major League. Und dann wird's nicht einfach weniger da oben gehen. Ja. Dann wird's nicht einfach weniger da oben gehen. Einfach mal da oben. Weniger Piste mehr von einem nicht zu lange Piste mehr. Ja. Zei sie, zei mich. Sprich hier noch kurz. Ah, da bist du noch nicht von uns gegangen. Ja, rechts. Dann schauen wir nicht, was wir hier haben. Ja. Ich denke, große, braune Scheune. Neugurt. Verstanden. Da gehen wir rein in den Rappen. Ja, wir sind dann nicht so gut. Ja. Ja. Ja, der letzte macht den Tod, ne? Ja. 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 Ja, der Ding muss auch ein Gebäude und die Lager hat alles geflogen. Ja. Ja. Der Gilly hat einen Zombie hinter sich. Ja. Ja. Ich bin auch nicht mehr krank, Jungs. Ja. Jemand noch eins? Wolltest du sofort weitergehen? Nein, nein, geh ruhig auf den Flanke. Warte, zwei Minuten. Ne, dann nehmen wir. Aber halt mal, geh mit dem family-Rennen davor. đêêêêêê. Nicht theta, dêêêêê, das ist theta. Das ist der Schuss. Ja, 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 ja. Jetzt kann's so nicht. Hm, Nägel rufen. Easy. Jetzt los, ich muss noch mal. Jetzt ist es nicht. Ich kann mal raus. Ja, aber warum? Ja, wie gesagt, bei mir geht der Herabschall. So, was ist das? Zeit. Ja, normal. So. Jetzt die Frage. Oben auf dem Berg ist es direkt für Sie. Wo könnten die sein? Also, ich hab's markiert auf der Karte. Du bist lustig, ey. Ja, hab ich doch gesagt. In Petrovka ist es. In Petrovka. Novaya, Petrovka, ja. Ist dir wem die Best Demons gehört? Nee. Demons? Eben uns, dass wir eine lange braune Scheune mit Toren treffen. Ahoi. Ahoi, Brause. Ahoi, Käfer zu sehen. Fuck. Klopf doch mal an. Ja, Henry. Ja, Henry. So. Können ja mal anklopfen. Keiner die Bande, oder? Na, wir brauchen nur die Bande. Ja, wir brauchen nur die Bande. Boah, ist weg die. Da hat der Arme drin. Da hat der Arme drin. Ja. 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 Ja, ja. Genau. Die Tür ganz rechts ist offen. An der Seite. Da. Oder? Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist gar nichts drin. Da ist einfach alles zugebaut. Das ist jetzt richtig. In Novaya schon gut. Irgendjemand hat gemeint. Ja, genau. Ja, genau. Ich. Wo ist er? Auf meiner. Auf da, wo wir ja gekommen sind. Also sind wir ja vollkommen falsch. Dann kann ich mal nicht sagen. In Novaya auch die Ruhe. Nee, das ist außen von Petrovka. Tja, es ist noch zwei Stunden Zeit. Oh! Ja, aber haben wir jetzt echt da drüber auf der Karte? Bitte? Da ist noch nach Novaya. Es ist doch da drüber auf der Karte. Äh. Nee, ich denke. Über der Stadt. Petrovka. Da sind Scheunen. Dort oben. Ja, okay. Ich sehe sie. Also angeblich. Ist markiert worden. Keine Ahnung. Ich wiederhole. Wir sitzen ein bisschen weit hinten. Deswegen wäre es eventuell immer. Wenn ich kurz habe. So nicht drücken. Einfach nochmal weiter drücken. Ja. Bei mir fehlen alle noch. Bei irgendwen kriegt mir ein Arme noch. Was und das ist. Schon die ganze Zeit. Ja. Ich denke ich hab mit meinem Schulter. Das ist so geil. Okay, dann weiter gehen. Also einfach alle aufstehen. Das sieht nicht so aus.